Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch den ReLoop RMX95 und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn dieser Mixer hat auf jeden Fall auch das ein oder andere Feature. Ja, wo fange ich an? Wir haben hier einen Mixer, der eine komplett digitale Architektur hat mit zwei Mikrofoneingängen, einer hier in der Vorderseite mit 6,3 Millimeter Klinke und einen weiteren hier oben mit XLR und 6,3 Millimeter Kombibuchse. Hier oben ist auch das Mikrofon 1, hier haben wir auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten für den Equalizer und können natürlich auch die Lautstärke regeln, übrigens auch für das zweite Mikrofon. Das Mikrofon hier oben hat noch eine kleine Besonderheit, diese Eingänge. Wir haben nämlich noch einen AUX-Eingang, können also hier unser Smartphone ganz einfach via Cinch anschließen und dann eben als Hintergrundmusik oder so laufen lassen oder ein Set laufen lassen im Club, bevor es dann richtig losgeht. Man muss sich allerdings an der Stelle entscheiden, ob man den AUX-Eingang wählt oder Mikrofon, weil das eben ein Kanalzug ist. Insgesamt ist das Layout sehr, sehr aufgeräumt, also man muss sich hier auch nicht wirklich umgewöhnen, wenn man von anderen Mixern kommt. Man hat also hier Mikrofoneinheit, geht etwa bis hier, dann hier die Kopfhörersteuerung, fallen hier schon Parallelen auf. Dann haben wir natürlich hier unser Mixer-Layout, hier die Möglichkeit Lautstärke für Booth und Master einzustellen. Die Filterresonanz können wir hier noch einstellen für den Channel-Filter, den wir hier haben. Sound-Filter steht hier drauf. Dann haben wir natürlich unsere Vorhörfunktion, auch übrigens für die Effekte, was ich sehr schön finde. Und die Effekte können auch alle aufs Mikrofon angewendet werden, sowohl auf das Erste als auch auf das Zweite. Die Effekteinheit überstreckt sich hier über einen sehr, sehr großen Teil des Mixers, geht hier noch runter und wird hier unten quasi breiter. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Für den Equalizer habe ich hier auch noch die Möglichkeiten, den auf Kill einzustellen oder auf Classic, wo eben die einzelnen Frequenzbänder nicht ganz ausgeblendet werden, wenn ich den Potti nach ganz rechts drehe. Das Display hier oben scheint sehr hochwertig zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es OLED ist, aber es ist auf jeden Fall hochwertig. Die Anzeige innen drin ist so ein bisschen Retro-Style. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool, also gerade bei diesem Display. Das Display hier oben ist, glaube ich, eine etwas ältere Technologie. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass man hier unterschiedliche Technologien eingesetzt hat. Ich hätte es irgendwie konsequent gefunden, wenn man beides in der gleichen Technologie gebaut hätte. Ja, meckern auf hohem Niveau. Insgesamt sprechen wir hier aber über einen sehr, sehr günstigen Mixer, der aktuell im Verkauf knapp über 1000 Euro liegt und damit auch deutlich günstiger ist als Vergleichsprodukte. Dabei aber eine sehr, sehr gute Leistung hat und vor allem auch sehr viele coole Funktionen bietet. Ihr seht jetzt auch, ich habe den Mixer hier angeschlossen oder ich habe an den Mixer angeschlossen, zwei Denon LC6000. Jetzt haben die Teile natürlich keine Soundkarte. Also wenn ihr euch das mal anguckt, hier ist noch nicht mal ein Chinch-Out, sondern nur einen USB-Anschluss. Und da hat man bei Reloop hier auch wirklich schön mitgedacht. Man hat nämlich hier hinten einen Hub verbaut. Das heißt, ich habe zwei USB-B-Ports, kann also zwei Computer gleichzeitig anschließen und habe hier zusätzlich zwei USB-A-Ports, um eben dann solche Geräte wie die LC6000 hier direkt anschließen zu können, um dann mit einem Kabel an mein MacBook zu gehen. Der RMX95 hat auch Direktsupport von DJ Pro. Die Software habe ich jetzt hier auf dem Rechner auch mal offen. Funktioniert sofort. Ich habe nicht lange gebraucht, konnte direkt hier anfangen. Und läuft. Also da muss man sich nicht groß Gedanken machen. Man schließt das Teil an. Es wird sofort erkannt von DJ Pro. Alles kein Problem. Aktuell gibt es keinen offiziellen Serato-Support. Ich gehe aber schwer davon aus, dass das noch nachgeliefert wird. Also für die Serato-User auf jeden Fall. Verarbeitung insgesamt sehr, sehr gut. Ich würde sagen, das Gehäuse erinnert sehr an einen DJM 800, was ja früher die eierlegende Wollmilchsau war. Das ist komplett aus Metall, das Gehäuse. Fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Einzig bei den Channel-Fadern, da habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Die sind einfach unterschiedlich von der Haptik. Der erste, der geht so mäßig schwer. Der zweite geht wirklich spürbar schwerer. Der dritte und vierte hingegen ist sehr, sehr leichtgängig. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es ein Testgerät ist. Und das Gerät vielleicht schon anderweitig ein bisschen herangenommen wurde. Es sind zwar jetzt keine Kratzer und Abnutzungsspuren drauf. Aber ja, ich weiß ja nicht, wo der vorher stand. Also es waren jetzt mal keine Schutzfolien und so mehr dran. Von daher kann es durchaus sein, dass der hier vielleicht noch bei anderen DJs unterwegs war zum Testen. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Es gibt jede Menge Effekte. Wir fangen mal vorne an mit dem Echo-Effekt. Dann haben wir ein Reverb, Flanger, Phaser, Vinyl Break, Loop Roll, Noise, Pitchhift, Delay, Ping-Pong, Tape-Delay, Bit-Crusher und den Transformer. Und ihr merkt schon, das sind alles Effekte, die man kennt. Also da ist jetzt nichts Innovatives mit dabei. Da sind einfach Effekte eingebaut worden, die sich seit vielen, vielen Jahren einfach in der DJ-Branche bewährt haben, die viele DJs einsetzen. Hier haben wir, wie gesagt, in der Mitte einen Filter-Effekt noch, den ich auf jedem Channel anwählen kann, sodass ich quasi auf jedem Channel zwei Effekte, einen Filter und eben noch einen Effekt aus der Effekt-Sektion hier rechts anwählen kann. Der Mikrofon-Button hier finde ich richtig cool. Der ist so gummimäßig, so fast so ein bisschen wie so ein Performance-Pad von der Haptic her. So sind übrigens auch die Vorhör-Buttons hier ausgeführt. Finde ich sehr angenehm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich mir bei anderen Herstellern definitiv auch so wünschen. Kopfhörer-Anschluss haben wir hier einmal 6,3 mm an der Oberseite und einmal 3,5 mm an der Unterseite. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es richtig ist, ich verwechsel es immer. Und an der Rückseite, ja, da ist jetzt nichts, was man nicht erwarten würde, außer eben der USB-Hub. Wir haben zweimal XLR-Out, wir haben den Boost-Out als 6,3 mm Klinke. Dann haben wir jede Menge Cinch-Eingänge für Plattenspieler, aber auch für CD-Spieler und Laien-Eingänge. Warum man das noch trennt, verstehe ich bis heute nicht. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir haben noch ein Master-2-Out auch als Cinch und ein Rack-Out, um unser Set aufzunehmen. Das war es im Großen und Ganzen. Also insgesamt sprechen wir hier über einen klassischen Mixer, der nicht viel Schnickschnack hat, dafür auch nicht besonders teuer ist mit roundabout 1000 Euro. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich habe euch auch ein Set gebaut aus den LC6000 und dem Reloop RMX95, weil ich dieses Setup jetzt auch wirklich empfehlen möchte. Das ist wirklich ein Setup, wo ihr ein Setup habt, das sehr, sehr nah am Club-Standard, wie man es ja nennt, ist. Und für einen sehr, sehr schmalen Taler, also knapp über 2000 Euro, habt ihr hier zwei vollwertige Player, die ihr mit der Software dann verwenden könnt und könnt daran auflegen, üben, mixen, wie auch immer. Wenn du jetzt noch Fragen zu dem Gerät hast oder irgendwas unklar ist, dann schreib es mal unten in die Kommentare rein. Ich beantworte euch gerne noch alle Fragen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bye, bye, bis zum nächsten Video.